Ein Vater und seine sechsjährige Tochter haben nach einem Monat auf hoher See in Australien angelegt. Sie waren zuvor vermisst gemeldet worden. Die Mutter lebt in der Schweiz und es gibt einen Sorgerechtsstreit um das Kind. Es besteht die Vermutung, dass das Ziel von vornherein Australien war. Der 46-jährige Australier hingegen sagte, er habe vom neuseeländischen Hafen Kauia in den Norden Neuseelands segeln wollen. Wir hatten nur noch einen Steuerruder, wir hatten nicht sehr viele Möglichkeiten. Wir haben darauf gewartet, dass sich das Wetter bessert, aber das tat es nicht. Wir drifteten immer mehr Richtung Süden. Ich hätte nicht gedacht, dass das Segeln mit einem Ruder so kompliziert ist. Es war eine Herausforderung, so der Vater. Die Mutter hat einen Sorgerechtsanwalt engagiert. Das Paar segelte früher gemeinsam. Die Tochter Q kam auf ihrem Boot zur Welt. Im März 2015 gerieten sie in einen Sturm. Das Schiff sank und die drei überlebten nur knapp. Wenig später ging die Beziehung in die Brüche. Der Vater sagte, bei ihrem jüngsten Abenteuer auf hoher See sei die sechsjährige Q nie in Gefahr gewesen. Es gehe ihr sehr gut. Sie hätten genügend Essen gehabt und viele Wale gesehen.